Jede Lippenbehandlung muss individuell gedesignt werden und auch besprochen werden und so füllen wir das auch durch. Also es werden hier keine Lippenbehandlungen durchgeführt, die standardmäßig abgearbeitet werden, sondern in dem Fall dem Wunsch der Patientin individuell angepasst durch einen Facharzt für plastische-ästhetische Chirurgie und sie möchte gerne, sie beobachtet das ja gerade an dem Spiegel und ist sehr sehr zufrieden mit dem Ergebnis der plastische Chirurg ebenfalls und wir freuen uns weitere Ergebnisse zeigen zu dürfen.